Nach meiner Auffassung ist die pflegerische Versorgung in Zukunft eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die wir Sektorengrenzen überwinden müssen und uns davon verabschieden müssen von dem Gedanken, dass allein durch Pflegefachkräfte und ausgebildete Pflegefachkräfte Pflege sichergestellt werden kann. Pflege ist mehr als nur die eine Stunde, in der der ambulante Pflegedienst vor Ort ist. Pflege sind die 23 Stunden drumherum an sieben Tagen der Woche, die sie in ihrem Sozialraum gestalten.